Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone. Heute zocken wir mal weiter mit Hearthstone und versuchen die Quest hier zu beenden. So, dann nehmen wir doch das Druin-Deck. Ich frag mich, warum die die Zeit da unten erst hingemacht haben und dann wieder weg. Hätten die es ja gleich weglassen können. Oh, ich hasse Magier. Okay. Die beiden kommen schon mal weg. Zwei, zehn. Okay. Interessant. SOS dran und was macht der? Grüße. Gottfroh, fuck. Okay. Dann mach ich das so. Jetzt hab ich in der nächsten Runde genauso viel wie er. Sogar, ne ich hab einen mehr als er, wenn ich mich nicht irre. Oder so. Au. Okay. Okay. Ich hab' ich in der nächsten Runde fünf. Ach, das ist aber kein Fehler. Komm schon, jetzt leg' ne Karte. Hehehe, seit wir ein bisschen Blut vergießen. Hmmmm, okay. Dann mach ich's mal so. Wir greifen direkt an. So, 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 so. So, 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 so. Okay. Okay. Verdammt. Komm schon, mach hinne. Hmmmm, okay. Okay. Er greift mich direkt an. Er hat irgendwas vor. Sechs. Was? Wo soll ich zuschlagen? Plus zwei Leben und Spott. Okay. Er müsste die beiden da drauf. Dann mach ich den jetzt mal lieber weg. Okay. So. Es braucht der Schaf oder Feuerball. Oder Frost. Dingsbums. Verdammt. Was kann das... Okay. Okay. Plus vier Leben. So. Dann greifen wir den mal an. So. Wir haben noch... Zwei Spott. Ne Karte, was alles Futschi macht. Wir sind auf dem gleichen Stand. Äh, 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 äh. Auch ne. Okay. Der hat wahrscheinlich nix. So wie es aussieht. aussieht. Okay. Er greift mich erst mal nicht an. Okay, doch. Die Karte behalte ich noch. Dann mach ich so. Mache ich so und so. Das hat wahrscheinlich irgendwie ne Karte. So. Jetzt könnte ich den in der nächsten Runde 10 Schaden oder 11 Schaden zufügen. Aber ich glaub eher weniger. Okay. Das sind schon mal zwei weniger. Sind dann sechs. Fünf. Ne, die Karte hab ich ja auch noch. Das stimmt. Okay. Fälleleiter im Stehner. Plus 2, 2. Dann machen wir erstmal die Karte. Ah, Mist. Dann setzen wir die, machen den platt und greifen ihn an. So. Ich hoffe, dass Dan überlebt. Dann könnten wir nächste Runde das benutzen. Hoffentlich funktioniert's. Stimmt ja, ich muss ja alles kaputt machen. Ach, verdammt. So. Fälleleiter im Helden. Plus 2, 2. So. Sie sind nur noch 10. Und wir haben 23 Leben. Wird ihn wahrscheinlich töten. 18. 18. 18. 18. Okay. Hm. Hm. Ich habe ein riesiges Gewicht. Okay. Ich habe ein riesiges Gewicht. Er sieht zwei Karten oder stellt fünf Leben wieder her. Ah, jetzt sehe ich mal zwei Karten. Dann. Fickt einem Diener drei Schaden zu. Oder einen unter meine Karte zu kriegen. Dann mache ich den weg. Okay. 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 Dann greifen wir mit dem an. Okay. Jetzt bräuchte er Schaf oder Feuer... Ball und... Ah, verdammt. Okay. Ich... Ah. Ach, verdammt. Das hat er jetzt gut ges... gespielt. Gut gespielt. Dann spür ich mal die Sachen aus, die ich habe. So. Jetzt habe ich zwei, ne? Okay. Sieht so aus, als würde ich vielleicht gewinnen. Oh, ja, nicht schon wieder einer. Ich bin jetzt... Eigentlich hab ich gewonnen. Ich halte mit dem an, dem... Ja, ich hab definitiv gewonnen. Ich kann ja machen, was er will. Das bringt mir auch nix. Der ist weg und dann ist er weg. Und dann hab ich gewonnen. Wir sehen, was ich krieg. Dann setz ich noch... So. Vielleicht auch in denen ein Plus-1-1. Dann greif ich mit dem an. Und da haben wir gewonnen! Yeah! Die erste Runde ist ja Sommer super gelaufen. Yeah! Und wir sind ein Level raufgekommen. Dann nehmen wir als nächstes den Priester. Hoffentlich haben wir einen guten Start. Und das ist der zweite. Komm, schaut! ... Ach, nee! Gegen Jada! Ah, naja. So. Eins, zwei, drei. Der Start ist schon mal einigermaßen gut. Okay. Dann setzen wir mal die Karte. Bisschen ich dir eine Karte? 24, 25, 24, 24. Ach, verdammt. Das war so klar. Die Klosbrühe. Verdammt. Verdammt. Okay. Der ist weg. So. Ich kann halt nicht wirklich was machen. Super. Obwohl, drei, fünf, sechs. Verdammt. Nehmt das. Dann hätte der, ach, der hat wahrscheinlich einen Schaft. Das wäre dann nicht so toll. Und dann feierbar. Okay. Ich mach's erst mal so. Verdammt. 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 Wir müssen den Sonnenbrunnen leuten. Shit. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Dann mach ich den erst mal weg. Dann heil ich den. Setz den Angriff im Sinne. Die Karte will ich aber noch aufheben. Dann heil ich den nochmal. So. Ach, verdammt. So. Ach, verdammt. Die Karte muss geschlossen werden. Okay. Bin mal gespannt, was für ein Zuck jetzt macht. Aua. Ich war nicht. Ach. Nimm mal wieder diese blöde Karte. Hm, 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 hm. Dankeschön. Vernichtert einen, einen, einen Dinamath-5-Angriff. Für die Karte ist sehr ungern. Benutz. Damit ich ihn wenigstens bisschen mal abgezogen krieg. Das kommt ja wahrscheinlich mit nem scheiß Feuerball an. Oder mit nem Schaf. Oder mit so nem Scheiß-Dreck. Ach, Mann. Ach, tch. Was ist jetzt denn Angriff? Der hat hundertprozent Schaf. Ich kann gar nicht hinsehen. Ich mach mal Nahrung zu. Damit ich nicht leiden muss, wie er zum Schaf geht. Oder, keine Ahnung. Ach, verdammt. Für Nasiata. Hm. Jetzt haut er alles raus, was er hat, um sich zu verteidigen. Drei, sechs, zehn. Und ein Schleim. Ach, scheiße. Hab ich einen Flächenschaden? Wahrscheinlich nicht. Aber einen Spott hab ich. Bitte lassen kein Schaf ziehen. Bitte nicht, bitte nicht. Oder Feuerball oder was auch immer. Komm schon. Ne, mach kein Quatsch. Ah, vier... Auf jeden Fall hat er zwei weg. Ne, der hat nur einen weg. Hm. Ha, 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 ha. Ach. Seid ihr für das hier bereit? Du kleines Arschloch, ey. Was soll ich nur dagegen machen? Gar nicht so wie es aussieht. Boah, jetzt greif doch an, Junge. Zwei, 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 zwei. Jetzt bräuchte ich diese eine Karte. Drei, sechs, neun. Verdammt. In der nächsten Runde bin ich wahrscheinlich tot. Na, super. Es bringt nichts. Ach, verdammte Scheiße. Ich frage mich, ob... Na, nehme ich das halt nochmal. Ja, ich hab's wieder so verloren, egal was ich mache. Na, hab ich verloren. So. Gut gespielt. Naja, war wieder... Nicht so ne... Super... Runde gewesen. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal. So. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt nicht so der Erfolg, aber was soll's. Druide gewonnen. Priester verloren. Ach, Mann. Naja. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Oder schaut die anderen Videos an. Lasst ein Abo da. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schissi Kowski. Tschüssi. Tschüssi.